Ja, 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 ich hab ja jetzt Baldrian eingenommen. Jetzt bin ich bestimmt ein bisschen ruhiger. Nein, ich hab kein Baldrian getrunken. Ich hab's. Oh, der war schon weg. Na dann. Ich hab gar nichts getrunken. Das Serverfarmlager. Wo soll ich denn jetzt überhaupt hin? Halte Sarge auf. Gehen wir erstmal ins Lager. Jaja, jedenfalls herzlich willkommen zu Krampf 3 Edition. Ne, Doom 3, die Krampf Edition. Ich weiß jetzt nicht, wo ich schon wieder hingeblieben bin. Was hast du davon? Was hast du davon? Ich hoffe, im Lager ist irgendwas, was ich gebrauchen kann. Zum Beispiel Waffen. Äh, sieht total gut aus. Also, nach Waffen. Hier ist ja richtig was drin im Lager. Das hat sich ja total gelohnt. Ich bin total glücklich. Hör auf, hier rumzuschreien. Was hab ich auch. Es hat sich gelohnt. Ich hab mein Plasma-Gewehr wieder. Au. Oh, ich muss nachladen. Warte, 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 warte. Alles voll. Noch 49. Ich speichere trotzdem. Vielleicht... Oh. Ich bin... Ich hab vorwärts gedrückt. Also... Das ist die Taste W. Da hab ich raufgedrückt. Ja, ja, ja. Hier gab's ein bisschen Rüstung. Speichern. Aber ein bisschen mehr Lebensenergie, wenn ich verkehrt. Was war das? Schrothülsen. Aha. So, von da sind wir gekommen. Jetzt guck ich hier nochmal. Oh ja. Oh, das hätte mir noch gefehlt, dass das jetzt hier hochkommt. Ist jetzt Ruhe? Aber kein... Kein Hield. Nichts, ne? Speichern. So, das war das... Lager. Was haben wir noch? Ah, wusste ich so. 46. Ich hab nie so viel verloren. CPU-Farm, zentrale Datenverarbeitung. Von der Server-Farm sind wir gekommen. Meiner Meinung nach, ne? Wird ich ja gleich merken. Ich speichern mal. Ach, und rück mal dicht da dran. Von hier sind wir gekommen. Oder die Räume sind gleich aus. Nein, hier waren wir noch nicht. Hier scheint also ein Loch in der Tür zu sein. Oh, schnell speichern. Aha. Oh, kommt jetzt schon wieder. Oh, da kommt noch einer. Schnell, 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 schnell. Das war der Fleischpeitschen Freddy. Was sagt meine Munition? Na noch sieht's ganz gut aus. Ein Torso. Ach, du hüpfst einfach weg. Hast gedacht, wa? Hier gab's ne Cola. Oh. Ich hab'n Haufen Munition für diese Maschinen-Sturmgewehr-Dingen. Aber ich krieg' einfach dieses Sturmgewehr nicht. Schnell speichern. Lampe aufladen. Weiter. Gewischt. Scheiße. Trotzdem speichern. Hier ist nix. Hier ist Muni für die Waffe gewesen. Ein PDA. Ja, die BFG 9000. Die brauchen wir. Ja, wo finden wir die? Keine gespeicherten Audio-Logs. Das Datei-Leitsystem... Datei... Nee, Datei-System-Leistung auf Server A12 immer weiter verschlechtert. Könntest du bitte zur dritten Ebene raufgehen und dir das mal anschauen. Aktuell auf die Verhältnisse und bei jedem Schöpfer-Strahlen-Lagen abgeben. Und dass es sich auf den Server-Hoflern auf unserer Intra-Seite gestellt wird. Vergiss es nicht, in eine URC-Move zu konvertieren, damit es auf allen Terminals abspielen lässt. Brian hat ja nicht viel gebracht. Während die BFG 9000 nicht von Nahkämpfe empfohlen wird... Naja, die haben wir verbraucht. Diese Waffe brauchen wir ja. Wo finde ich die? Naja, ein Raum ist noch, ne? Ich schau mal auf unsere Aufgabe. Die heißt ja immer noch... Halt es... Sarge... Sarge auf. Oder Sarge! Oh, ich hab volle Energie. Ja, du kannst meine Angst regnen, ja. Das kann aber auch was anderes sein, was du riechst. Ich hab lange nicht geduscht. Wie denn auch? Bei dem Stress hier. Kriege ich schon pusteln. Stress pusteln. Aber ich darf... Das darf ich nicht sagen. Ich muss... Ich muss... Ich bin ein harter Kämpfer. Der kriegt keine Pusteln. Er hat absolut reine Babyhaut. Wo ist es? Wo ist es? Irgendwo? Ist es hier irgendwo? Ich bin weg. Oh, er speichert von ganz allein. Oh, hier kam aber was reingeflogen. Wir speichern wieder. Ich speichere selber nochmal. So, bäh. Äh. Äh. Bitte. Oh, nein! Oh, 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 oh. Nix da. Wo ist der? Auf acht, ne? Oh. Oh, 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 oh. Bleib doch mal stehen. Wie soll ich dich treffen? Ah, ich muss nachladen. 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 Äh. Äh. Das ist scheiße, dass du dich bewegst. Oh. Schon wieder nachladen. Nein. Nein. Äh, fünf. Oh. Kann man die hier irgendwo kaputt machen? Nein. Ich bin gestorben. War das der Administrator? Ja, merkt euch das. So sehen die Leute aus. Sehr unangenehme Leute. Ich bin noch was. Das war mein wahres Ich. Oh. Ich hab mich erschrocken. Wo ist er? Da. Oh, ich bin ja schon wieder gleich tot. Hier liegt auch nur ein Arm. Ah, so wird das nix. Ich hab auch keinen Plan, was ich da jetzt machen soll. Und das zu Beginn der Folge, wollte ich sagen. Aber guck mal, Schwierigkeitsgrad Recruit, den hab ich extra runtergestellt. Oder eingestellt. Vielleicht sollte ich mich nur auf diese Murmühlen konzentrieren. Wo ist er denn? Da verliere ich aber was. Oh. Guck mal, jetzt, wenn das so grün ist, verliere ich was. Ah, jetzt verliere ich auch was. Ich mach mal ne kleine Pause. Ne kleine mentale. Bis nachher gleich. Tja. Weiter geht's. Mit dem Krampf. Oder Kampf. So, jetzt lade ich erstmal alle Waffen drüber auf. Die ist aufgeladen. Die ist aufgeladen. Der auch. Der auch. Wo ist dieser komische Würfel? Nein. Wir haben doch hier so einen seltsamen Würfel. Kann man da eigentlich mitmachen? Ich probier den jetzt mal aus. 90, 89. Oh. Oh. Mach schneller. Wo ist denn die 5? Oh. Ah, ich kann hier rein. Rein, 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 rein. Och, das kann nicht sein. Ich hab vorn mit Granaten auf ihn draufgehauen und allen schikanen. Ich brauch diese Waffe da oben. Ich glaub, das ist die, die ich haben muss. Hier, die da, die da, die da. Wo ist sie? Kann man die nehmen? Habe ich sie jetzt? Nein. Nein. Granatwerfer. Kettensäge. Pistole. Rotflinte. Hier ist noch ein bisschen Rüstung. Hier ist sie. Jetzt haben wir sie. Die BFG kann aufgeladen werden. Je länger du den Abzug gedrückt hältst, desto größer die Ladung. Da haben wir nur vier von. Gut. Wir sammeln mal alles ein. Von da ist der Typ gekommen, ne? Ich hab das vorn, das ist ja nun zu sehen auf dem Video. Ich hab ja paar Mal auf ihm auch mit den, ich hab doch hundertprozentig ein paar Treffer erzielt. Und denn sowas, das ist denn, jetzt geht er wieder nicht vorwärts. Das ist ein bisschen unverständlich. Äh, wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich Licht machen. Auf welchen Slot sitzt denn diese Waffe? Auf, auf neun. Jetzt hab ich aber eh gedrückt. Gebe ich auch zu. Ich hätte gern wieder den auf der Vier hier. Ich nehm erstmal das Plasmagewehr. Das macht sich ja ganz gut. Da ist das Schloss kaputt. Da geht's weiter. Hier kann ich noch ein bisschen sammeln. Viel brauch ich nicht. Ich bin ja... Ich speichere mal wieder. Im guten Zustand. So, geschafft. Böses Spiel. Huch. Da hab ich mir aber auch was eingelassen. Echt jetzt. Was jetzt? Ha 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 ha. Du bist aber hässlich. Oh. Hey. Schnell, 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 schnell. War klar. Was war das? Hat dir das nicht gepasst? Na, wir kommen hier nach draußen. Auf Kuh habe ich die. Aha. Ich will mal was probieren. Jetzt nehme ich die. Ach, der kommt denn immer auf Kuh. Gut zu wissen. Hier geht es nicht weiter. Ich beschaffe die Sicherheitsfrage 3 für den Standort. Die kriegen wir bestimmt hier. Die Scheiben sind kaputt. War das nicht. Noch mehr. Hallo, endlich runter. Au. Was ist denn da so falsch zu verstehen an Runterfall? Sag mal. Speicher. So, da ist eine Rüstung. Neun. Ich weiß nicht, ob das so gut ist, was ich hier tue. Und mir das lieber aufheben sollte. Diese Waffe. Ah, wieder. Peter Rogers. Hm. Hier geht es nochmal rein in die Garage. Das war doch noch nicht alles. Sag ich doch. Oh, der braucht aber ordentlich, der braucht aber ordentlich Muni. Ich habe das jetzt mal mit Absicht ausprobiert. Aber hier ist auch kein, da ist noch eine Tür. Gucken mal, aber da hinten liegt Rüstung, aber Rüstung habe ich jetzt voll. Also, ich speicher mal. Hier werden wir wahrscheinlich... Hehehehe. Lach nicht so dreckig. Ich bringe euch alle um. Ich muss nachladen, warte ich gefälligst. Oh, ich habe das gesehen. Schnell speichern. Lampe aus. Lampe an. Nochmal gucken. Rüstung. Jetzt speichere ich aber nicht nochmal. Weiter geht's. Was? Oh. Der ging da unten und wartete auf mich. Ich will die Waffe dazu. Ich will sie wirklich langsam. Äh, mir geht's gut. Speichern. Geh doch mal vorwärts. Geh dem Ende entgegen. Hier mit der Munition. War klar. Ich erschrecke mich nicht mal mehr wegen sowas. Ich bin der Leiter runtergegangt. Wo haben die das Ding denn nun versteckt, was ich brauche? Ist er weg? Nein. Bleib stehen. Sag mal, treffe ich nur das Gelände? Oder was? Es wird wirklich langsam Zeit für die richtige Waffe. Für die andere. Da ist ein PDA. Von Roger Davis. Gut. Wir speichern. Dann schauen wir mal rauf. Was sagt die Zeit? Sieht noch gut aus. Entdeckung in den Ruinen. Malcolm Betruger. Entdeckung in den Ruinen. Ich habe von ihrer Entdeckung gehört. Sehr eindrucksvoller Start. Aber ich gucke jetzt eigentlich nur... ...nach den Schlössern. Aber sowas ist hier nicht. Und das andere können wir uns ja... Halt. Wollte ich nicht. Mal anhören. Das ist das wissenschaftliche Journal von Dr. Richard Davis vom 8. August 2145. Wir sind gerade zu einer neuen Kammer durchgebrochen. Und ich glaube, ich habe die Karte gefunden, die auf einer der Tafeln erwähnt wird. Das Artefakt ist in die Decke eingebaut. Ein einzigartiger Fund. Es scheint aus einer Art kristallinen Materials gefertigt zu sein. Und selbst nach all dieser Zeit gibt es noch ein sanftes Leuchten ab. Die Zeiten darauf wirken seltsam vertraut, was ich sie zuerst einmal sagen würde. Und nachdem ich es digitalisiert und analysiert habe, bin ich sicher... Bin ich sicher, ne? ... dass sich um eine Karte unseres Sonnensystems handelt. Sie scheint eine Verbindung zwischen dem Mars und der Erde zu zeigen. Nach meiner derzeitigen TGV sind wohl die letzten überlebenden Machen. Mithilfe der Teleportationstechnologie zur Erde geflogen. Die Folgerungen daraus sind überwältigend. Dies könnte der Beweis dafür sein, dass wir tatsächlich von diesem Volk abstammen. Und hier unsere eigene Geschichte erforschen. Ich werde meine Erkenntnisse melden, sobald wir die Ausführungen beendet haben. Und sie dürften sich innerhalb weniger Tage in Unternehmen verbreiten. Dies sind wirklich aufregende Zeiten. Ich komme nicht mehr weiter. Ich komme hier nicht mehr raus. Ich bin gefangen im Spiel. Ich habe keine Energie verloren. Obwohl ich runtergeplumpst bin. Hier waren wir doch. Und da ging es doch nicht weiter. Hier geht es weiter. Ich bin aber fett. Hier speichere ich jetzt mal. Hier ist es schön ruhig. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss. 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 Vielen Dank.